was geht ab Cousins und Cousinen zurück zu meinen Montagsreaktionen auf Deutsch und ich habe mir gerade schon das Video von Silla gegeben das neue und letzte Woche habe ich Reaktion gemacht zu AK außer Kontrolle das erste Video was ich schon gesehen hatte und es hat mir gut gefallen ich habe mir seitdem kein anderes Video von ihm gegeben deswegen ich gucke jetzt einfach mal was er noch hat und mache noch eine Reaktion zu AK außer Kontrolle weil AK außer Kontrolle abgeht was habe ich mir angeguckt ich hatte WBX durch so lange geguckt was ist hier ich gebe mir AK AK außer Kontrolle alle schon gesehen da erinnert mich an auch irgendeinen anderen Rapper vom Rapstil mir fällt jetzt gerade nicht ein wer im letzten Video habe ich ja gesagt mir gefällst du sein Reimstil mit den Doppelbedeutungen mal gucken ob er das jetzt hier auch wieder macht ich nehme es mal an ich hoffe geil so Jungs sind für mich so Rappers Rapper weil du als ich als Rapper jetzt guck mir das es ist für mich interessant so von der Reimstruktur nicht mal Reimstruktur sondern einfach die Reime der der bringt und so deswegen ich gehe jetzt gerade noch mal zurück ich muss mir nochmal geben hey ich habe damals schon im Budelkasten Tunnel gegraben ich habe damals schon im Budelkasten Tunnel gegraben es soll alles so geschehen in meiner Gegend alles außer Kontrolle aus der Karasse fliegen lauter Geschosse meine Jungs JVA sind am kochen verteilt Platz mit Porzellan in den Socken Colin, Miller, Lama, Becker der Anwälte 20.090 Blätter Porzellan in den Socken Ok vielleicht war ich lange nicht mehr in Deutschland das ist wie es heute geht JVA ok äh Wann 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 Bied auf jeden Fall richtig hart, Metzgerstyle. Ja man, Acker enttäuscht nicht. Bis jetzt alles, was ich schon gehört habe, was jetzt nicht so viel ist, zwei, drei Lieder, geht alles brutal ab. Immer harte Beats. Ich meine, es ist genau, was du brauchst, wenn du ab Agro bist. Ja, wenn du pumpen gehst. Ja man, ich freue mich, dass ich wieder so ein bisschen mich auf den Laufenden halte jetzt mit diesen Reaktionen, was in Deutschland geht. Weil hier in Südafrika bin ich komplett weg vom Fenster. Wie gesagt, hat mich auch lange nicht interessiert, aber interessiert mich wieder. Acker, AUSER CONTROLLER, alles schon gesehen, geht ab. Ja, ansonsten, ihr seid hier auf meinem Kanal und wenn ihr so sehen wollt, was so ein Deutschrapper in Südafrika macht, dann gebt euch jetzt mal meine Videoblogs. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich diesen Kanal angefangen habe, aber ich werde auch bald wieder ein paar Reaktionsvideos mit Südafrikanern machen. Es ist nur ein bisschen Zeitmanagement schwierig. Ich habe heute ein Video gedreht, ich schieße morgen ein Video, das ist The Vision. Ansonsten, alle meine Cousins und Cousinen, danke fürs Anschauen, gebt es ein Like, was das bleibt. Ich weiß, ich habe gerade nicht so viel geredet bei der Reaktion, aber ich wollte einfach genau hören, was er zu sagen hat. Ja man, haut rein. Und zwar, ok, so heute ist der, ich sage Nacht, tanke wir das Monster不過, was er prepfen solltet bei der Rund befestigt sehr Stária. So today is gonna be an exciting day because I gonna perform tonight. I don't have a set to perform now. Ich weiß. Let's get it! Let's get it! Let's get it! Check that money, boy! Check that money! Mama! Makosa! Makita! Je reviendrai! Makosa!